Hallo Hallo Leute und herzlich willkommen Hallo Hallo Leute und herzlich willkommen Wir sind uns im letzten Let's Play Ghost Recon Phantoms Zusammen hier mit Gaming Nation Alter, noi was launch!!!! Warum schreck ich so denn? Ja, da sind schon Furz der ist Ja, ja, die sind da alle, Chill mal Drasch rein nein 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 oh mein Gott die sind so übelst gut ich hab gar keine Chance Alter bin gar nicht mehr eingespielt einfach ausleiten gehen geh ein bisschen da oben gibt's jetzt so eine ganze Linie, geh da ein bisschen mehr rechts snipen bei links da hat einer eine Stelle da kommt der dahin wo du grad bist 50 Meter hab den ganz hinten gekriegt oh fuck ich treff den nicht der von hinten, von hinten, von hinten ja ja warte ich hab die Bewegung gesehen hab einen gekillt der immer noch hinter uns die kommen auch gerne mal von hinten oh Gott, das hat so falsch angehört aufpassen die jeder in Hitze will die können einfach durchrennen oh man Hitzewelle hab den gekillt hab den mit der Hitzewelle gekillt danke du hast uns grad allen das Leben gerettet kein Ding du hast uns grad allen das Leben gerettet du hast uns grad alles das Leben gerettet du hast uns grad alles das Leben gerettet dasосcheid bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal